Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück und ich hoffe, ihr habt eine richtig angenehme Woche gehabt. Ich kann euch nur sagen, dieses Jahr hat bei mir ja komplett mit Krankheit wieder angefangen. Das alles ist jetzt weg und jetzt, Tag für Tag, wird die Laune besser. Ich komme langsam im Jahr an. Dieses Jahr wird, glaube ich, für uns alle ein besseres Jahr als letztes Jahr. Wenn nicht jeder andauernd krank ausfällt. Da kann ja keiner was für. Was soll man machen? Ich meine, ob ihr Maske tragt oder nicht, das scheint irgendwie keinen großen Unterschied zu machen. Man trägt draußen Maske, man geht irgendwie durchs Büro, man fest einen Drucker an, irgendeiner hat sich erkältet, merkt das vielleicht gar nicht. Ihr druckt irgendwas, ihr gebt was im Drucker ein, ihr geht ans Telefon und schon habt ihr es. Also alle, die von euch jetzt noch immer krank zu Hause liegen, gute Besserung. Ich hoffe, die nächsten, keine Ahnung, zehn Minuten oder so, werden euch ein bisschen unterhalten und zum Nachdenken anregen. Wir hatten ja Anfang der Woche schon darüber gesprochen, warum ich persönlich der Meinung bin, dass Call of Duty als Multiplayer, und da haben wir mit Multiplayer gesprochen, am Aussterben ist. Und ich hatte ja gesagt, man muss unbedingt Warzone und Multiplayer auseinanderhalten, weil es halt zwei grundsätzlich verschiedene Games sind, die grundsätzlich verschiedene Spieler anziehen und grundsätzlich schon seit Jahren ja nicht mal mehr parallel laufen. Sondern auf der einen Seite hast du halt Multiplayer und dann gefühlt gehört schon gar nicht mehr zu COD, ist Warzone für sich alleinstehend. Und beim Multiplayer war es für mich relativ einfach darüber zu sprechen, warum ich der Meinung war, weil ich persönlich ein großer Multiplayer-Fan bin und auch dieses Jahr eigentlich ganz gut finde, was Multiplayer angeht. Weshalb man da, finde ich, immer auch eine objektive Sichtweise haben kann. Weil etwas, was mir nicht gefällt, da kann ich natürlich einfach sagen, ja, will eh keiner spielen, ist langweilig, ist scheiße. Bei etwas, was man aber mag, kann man, finde ich, objektiv darüber sprechen, warum man trotzdem Angst hat, dass es halt mehr oder weniger verschwindet oder in der Versenkung verschwindet oder einfach weniger beliebt sein wird, so wie Multiplayer ist. Und Warzone ist da ehrlich gesagt gar nicht so anders. Und Warzone, Warzone 3 oder heißt hier glaube ich nur Warzone aktuell, hat diverse Probleme, die von Activision und Call of Duty seit Jahren selbst gemacht sind, warum dort nicht nur Spielerzahlen schwinden, sondern auch das allgemeine Interesse einfach verschwindet. Zum einen ist es natürlich Skill-Based Matchmaking, ein Battle Royale, der, also es gibt ja Warzone Ranked und da gehört SBMM natürlich rein, weil das ist der ganze Sinn dieses Modus. Aber es gibt super, super viele von euch, die kein Interesse daran haben, competitive ein oder zwei Stunden am Abend Battle Royale zu spielen. Die wollen irgendwie mit ihren Waffen einfach irgendwie mal einen Win holen, die wollen just for fun ein bisschen über die Karte laufen, die wollen vielleicht mal auf dem Hochhaus campen, die wollen vielleicht mal ein bisschen aggressiver spielen. Aber diese verschiedenen Leute, die nicht competitive Warzone spielen, fallen mit dem SBMM im Warzone leider komplett hinten raus und haben auch keine Chance, außer sie investieren eine unfassbare Anzahl an Zeit mit, ich sag mal, dem Großteil der anderen Gamer in Warzone überhaupt zurecht zu kommen. Was bedeutet, dass die Frustrationsgrenze natürlich nicht allzu hoch ist und man irgendwann einfach quittet und das nächste Game anrührt. Das nächste Problem ist, und ich glaube, das ist eines der größten Probleme, man ist einfach so unfassbar satt von einem Battle Royale Game. Ich kann hier jetzt gerade nur für mich sprechen, aber wenn ihr euch anguckt, wie viele Battle Royale Games wir in den letzten fünf Jahren bekommen haben, manche von uns verdienen gar nicht genug Geld, um die alle zu kaufen. Es ist ja nicht mehr nur ursprünglich mal PUBG und dann später Fortnite und dann Warzone, davor Battle Royale, sondern jeder Spielentwickler ist auf diesen Zug aufgesprungen und hat irgendeine Art von Battle Royale rausgebracht. Und Battle Royale mag ja für einige absolut so der Himmel an Gaming sein. Ich persönlich finde es einfach nur maximal langweilig. Und letztes Jahr haben die Steam Charts das richtig heftig gezeigt, wo Call of Duty, ein Game wie Call of Duty mit der Spielerbasis gehört auf den Steam Charts, auf die ersten zwei, drei, vier Plätze. Wenn wir uns aber angucken, wie es da jetzt aktuell aussieht, bei einem besseren COD oder einem besseren Warzone wie letztes Jahr, sieht es wieder nicht so geil aus. Und wenn man sich dann die Steam Charts anguckt und, das muss man vorweg einfach einmal dazu sagen, Steam Charts behandeln selbstverständlich nicht die Konsolenzahlen. Es sind rein die PC-Zahlen. Aber, wenn ihr euch das anguckt und Call of Duty sucht, ihr findet es auf Platz 12 mit 112.000 Spielern. Davor sind Games, die so alt sind, dass sie mit meiner Geburt auf die Welt kamen, wie GTA V zum Beispiel. Apex Legends hat einfach knapp zweieinhalb Mal so viele Spieler wie Warzone. PUBG hat eine halbe Million. CS ist da sowieso auf dem Thron seit, ich weiß gar nicht, wie viele Monate oder Jahren jetzt mittlerweile. Selbst Monster Hunt World ist vor Battle Royale Warzone. Und Warzone, COD, Activision, die Playerbase ist die größte Playerbase, die wir an Spielern bei Releasetag eigentlich jedes Jahr haben. Und das zeigt einfach, zum einen, es sind ein bisschen mehr als letztes Jahr. Letztes Jahr war aber auch meiner Meinung nach der absolute Low-Punkt, was Call of Duty angeht, mit MB2, mit Warzone 2. Das hat einfach niemandem gefallen, also wirklich niemandem. Dazu kommt aber auch, dass wir, das sieht man in Spielerzahlen, nichts an Innovationen dieses Jahr hatten, was irgendwelche Spieler entweder neu dazu holt oder langfristig an das Game bindet. Und klar, wir haben noch Spieler auf den Konsolen, auf der Xbox, auf der Playstation. Aber diesen Rückgang sieht man sehr, sehr gut im Vergleich. Und wird ja keiner glauben, dass wir 112.000 Spieler Warzone auf dem PC haben, aber 60 Millionen auf der Playstation und 20 Millionen auf der Xbox. Da wird es zahlentechnisch in Relation ähnlich aussehen. Eine ganz kurze Info für euch Leute. Die Jungs hatten mir Bescheid gesagt, dass sehr, sehr viele Bestellungen nach dem ersten Promovideo reinkamen. Bitte habt ein bisschen Geduld bei der Bestellzeit. Es liegt einfach daran, dass auch zu Weihnachten und vor Weihnachten extrem viele Bestellungen bei den Jungs drin waren. Was bedeutet, dass eure Bestellungen bearbeitet werden, aber es kann halt ein klein bisschen dauern. Habt Geduld, ihr werdet tolle Produkte bekommen. Und dann gerade in Relation zu dem Thema Warzone hatte ich mir einen Artikel von meinem MMO rausgesucht. Ich bin kein Riesenfan von der Seite, aber für das, was ich an euch oder zu euch bringen wollte, ist es eigentlich so die perfekte Option, das einmal zu zeigen. Und hier sprechen wir über Fortnite. Fortnite ist ja, was Battle Royale angeht, höchstwahrscheinlich neben PUBG so das Game, was den meisten vermute ich mal als erstes in den Kopf kommt. Und Fortnite hat es immer wieder mit neuen Sachen geschafft, wenn man eigentlich gedacht hat, dass es jetzt so langsam am Aussterben ist, wieder komplett frischen Hype zu generieren. Das haben sie die letzten Monate mit den neuen Seasons, mit den Reloaded Seasons oder den Retro Seasons extrem gut gemacht. Und im Prinzip, es war ja ursprünglich einfach nur ein PvE-Modus, dieser Zombie-Horn-Modus, der war nicht so erfolgreich. Dann hat man gesagt, wir machen Battle Royale. Und Fortnite hat diesen Battle Royale, der heute von Millionen Spielern immer noch geduttet wird, innerhalb von 10, 12 Wochen erst rausbekommen. Dann sind sie ja verklagt worden von PUBG, die gesagt haben, ey Moment, das, was ihr macht mit der Minimap, mit eurem Fadenkreuz, mit dem Lehm, wie sie es regeneriert, das habt ihr von uns kopiert. Hat Fortnite auch überstanden. Hat sich dann komplett neu erfunden mit keinem Bauen-Modus, mit Events, die wirklich Events sind. Also, was hatten wir? Ariana Grande Konzert, Travis Scott Konzert, eins der ersten Events, was ich damals in Fortnite mitgemacht habe als Spieler, war, als man auf der Karte mit Millionen von Spielern, das war unglaublich, wie viele Spieler da waren, und jeder konnte in seiner Lobby dann auf so Podeste rauf, und diese Podeste hatten oben so eine Waffe. Und da, wo halt weltweit die meisten Spieler draufgegangen sind, das waren die Waffen, die Fortnite und Epic Games zurück in der nächsten Season ins Game gebracht hat. Was für ein geiles Event. Die Spieler werden aktiv dazu angeregt, selber zu entscheiden, was sie möchten, und es wird darauf gehört. Diese Events sind von Jahr zu Jahr, von Season zu Season, meiner Meinung nach, in Fortnite immer nur noch besser geworden. Im Gegensatz dazu, bei Games wie Warzone, die Events, die wir haben, sind Jahr für Jahr schlechter geworden. Bitte denkt mal an MW2 daran, wie wir diesen Zug attackieren sollten, und dann einige gesagt haben, naja, wenn wir ihn nicht attackieren, dann schaffen wir es trotzdem. Und das war dann so, dann gab es halt Lobbys, keiner hat was gemacht, und das Event war vorbei. Dann gab es das Release-Event zu MW2. Das ging, ich glaube, 10 Minuten, 8 Minuten Spielzeit. All das zeigt, dass Warzone eigentlich jedes Jahr, immer, immer wieder, nur basierend auf dem, was man schon hat, versucht, ein bisschen zu arbeiten, und das war's. Während andere Publisher und Entwickler sich immer wieder neu erfinden, neue Dinge reinbringen, neuen Hype auslösen, neue Waffen reinbringen, neue Mechaniken, neue Ideen. Und Activision und Warzone haben das schon seit Jahren nicht mehr getan, und deswegen glaube ich, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren einen viel, viel größeren Switch von Spielern sehen zu Extraction-Based-Shootern wie Escape from Tarkov, weil dort der Hype und die Ideen einfach viel, viel größer sind als das, was die Battle Royale Games seit Monaten und Jahren uns geben. Wird man in 2-3 Jahren kein Battle Royale mehr spielen? Nein, das glaube ich nicht. Es gibt immer noch eine Hardcore-Fanbase, die großes Interesse an Battle Royale hat, und das möchte ich auch niemandem absprechen, aber ich glaube, dass dieser Switch, den wir damals gesehen haben, vor allen Dingen so von Multiplayer-Games, Singleplayer-Games zu Battle Royale, jetzt eingeleitet worden ist von Battle Royale zu Extraction-Based-Shootern. Davon gibt es welche auf der Konsole. Einige lernen, so wie ich, Maus und Tastatur auf dem PC. Da gibt es einfach so viel mehr, was diese Games einem geben, denn Games leben für mich von einem High-Risk-High-Reward-System. Das heißt, ich riskiere viel in einer Runde, ich kann unfassbar viel gewinnen, ich kann aber auch alles verlieren. Ein Battle Royale-Game oder ein Lobby ist eins. Entweder ich werde Erster oder ich habe halt verloren. Das war's. Und wenn ich verloren habe, dann passiert halt nichts. Ich starte eine neue Runde. Ich habe keine Waffen verloren, ich habe kein Geld verloren, ich habe keine Erfahrungspunkte verloren, ich habe halt nur Zeit verloren. Das war's. Und wenn man den ersten Battle Royale-Sieg hat, dann versucht man halt einen zweiten, aber man hat ja schon einen. Während ihr in Tarkov zum Beispiel, und das ist ja so mein Main-Game mittlerweile, was ich zock, wenn ihr da zehn Runden richtig in die Fresse bekommt, aber diese eine gute Runde habt, diese eine fantastische Runde, ist alles, was diese zehn Runden davor war, komplett verloren. Auf der anderen Seite, ihr könnt acht Stunden alles richtig machen, ihr könnt unfassbare Runden spielen, und diese eine Runde, wo es dann für euch um sehr, sehr viel geht, wegen einer Quest, wegen einer Aufgabe, verkackt ihr. Und ihr fallt in so ein richtiges Loch, was das angeht. Das alles sind Sachen, die mich persönlich als Spieler mittlerweile viel mehr interessieren, als ob ich jetzt wieder einen Warzone-Sieg habe mit 10, 15, 20 oder 50 gilt. Lasst mich eure Meinung dazu wissen, Chad. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt, wie eure Meinung dazu ist, und dann sehen wir uns nächste Woche mit den nächsten Sachen. Haut rein!